Ich bin Theo von Algen! Du bist ja ne richtige Drecksauber, dir gefällt's mir Alter. Du bist dir gern gesehener Gast, Alter. Du möchtest ne Wurst immer als Dirkaschen. Nein, dafür gibt's auch was. Ich kann nicht kommen. Ich habe mich geirrt. Ich sitze. Wir werden es auf anderem Wege. Ich komm gleich dahin, okay? Wir haben die erste Aufgabe. Das war mein De-Neutralisator. Theo, du hast alles vergessen, was in der letzten Stunde passiert ist. Hallo! Jo, verdammt. Herr Löcher. Schaut dich, hol dich gleich raus. Ich hab alles im Griff. Nein, 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 nein. Du hast die Vertrauen. Ich bin gleich bei dir. Ich plan hier draußen gerade. Pass auf, mach dir keine Sorgen. Ich krieg gleich eine Woman und hol dich dich raus. Alles klar. Ich steh vor die Tür, Oberkörper frei, damit du mich erkennst an meiner Fliege. Dass es dir nicht schwerfällt. Weil bei den ganzen Männern in den letzten Wochen könnte es so Irritation geben. Bis gleich! Alge, sie dürfen nicht rein. Alge, sofort stehen bleibt. Hallo, ey. Sofort stehen und sofort raus. Sofort stehen und sofort raus. Ein... Du Lava gemacht. Ich steig jetzt wunderbar. Jo, verdammt. Wieso wollt ihr das? Sie haben den Planbeifeln. Nur ein Schauspiel, ruhig dich. Nimm mal den Gegenteig jetzt als Geisel. Den Gegenteig? So. Ja, wunderbar. Bleibt hier, macht weiter so. Ich hol die Bullen. Warte. Hilfe, Hilfe! Geisel Name vor der Tür! Geisel Name vor der Tür! Schnell, Geisel Name vor der Tür! Geisel Name vor der Tür! Hallo! Verdammte Kacke, alle rauskommen! Geisel Name vor der Tür, schnell! Geisel Name vor der Tür, alle rauskommen! Schnell! Geisel Name vor der Tür, alle rauskommen! Geisel Name vor der Tür, alle rauskommen! Das will ich doch gar nicht, Junge! Das ist... Theo, du bist ein Schaflopfer! Meine... Haben Sie die Rechte verstanden, der Herr? Wunderbar. 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 Guck, du lebst doch alles gut, Junge. Da haben wir einen jetzt mal ein bisschen unschuldig. Boah! Ah! Verdammt! Der wurde eingebuchtet! Jo, ich habe ihn einfach nie da geredet, ey! Da habt ihr keine Lust mehr da drauf! Na, meine Frau ist endlich wieder da! Na, wenigstens einfach! Schatz, ich habe alles versucht hier unten! Was ist das für ein Auflauf hier? Was ist das für ein Auflauf hier? Ein Auflauf! Nudelauflauf! Eins will ich noch sagen! Der Cowboy da oben, den ihr festgenommen habt, das ist ein Schwerverbrecher! Buchte den mal richtig schön lang ein, die Drecksau! Komm, wir gehen, Schatz! Was hat denn der gemacht? Und draußen die Leute mit den Waffen bedroht! Oder nicht Hulk Hogan? Ja! Verdammtes Schwein, Junge! Verdammt, er hat mich bedroht! Er war voll der Gangster! Und Sie? Also wir haben drei Zeugen, dass der da unten wohl jemanden bedroht hat! Ja, natürlich! Ich war der Mann! Hochgefährlich, der Mann! Hochgefährlich, Jungs! Einsperren bis zum Lebensende! Der hat eine Bazooka im Aus gesteckt, Junge! Kontrolliert den richtig! Nimm den auseinander! Mit Handschuhen! Schießt den da draußen jetzt rum! Ich sag dir, wie das ist! Aber es gibt Tage, da kann ich mit meinen Freunden auch alleine spielen! Dann kriegt sich das nicht so mit! Ich geb dir mal meine Telefonnummer! Ja, gib mir deine Nummer! Und wenn ich raus darf mit meinen Freunden spielen, wenn sie mir das erlaubt, dann rufe ich dich vielleicht an 0172! Ja, die spielt jetzt gleich erstmal schön am Pekse! Ja! Viel Spaß euch heute noch beim Bügeln, ne? Beim Bügeln? Beim Bügeln wir denn heute noch? Ja, deine Frau ist ganz schön zerknittert, du! Echt? Wirklich? Warum? Ja, du musst die heute mal so richtig wegflexen! Okay, dann mach ich das doch, wenn ihr das sagt! Sie darf ja ihren Freund mitnehmen, aber ich darf meine Ficky nicht mitnehmen! Genau! Oh, verdammte Kacke! Was ist jetzt los? Geil! Oh, verdammte Kacke! Was ist jetzt los? Geil! Oh, verdammte! Theo, was war das denn? Ich wollte mich ein bisschen duschen! Wer ist der andere hier? Ich bin Theo! Das ist nicht der Vater von Norbert? Ich bin der Vater von Norbert, ja! Ist Norbert der, den ich ins Gesicht geschossen habe gestern? Wieso hast du denn meinen Sohn ins Gesicht geschossen? Nein, also mit Sperma! Äh, mit irgendwas anderem! Das hast du gemacht?! Mit, mit äh... Wasserpistolen! Mit Wasserpistolen, genau! Das ist wie von dem Movie! Das war in dem Movie! Hier gibt's Pussis! Katzenpussi, junge Pussi, alte Pussi! Das war doch die Movie! Ich bin gerade auf dem Weg nach unten! Hier sieht kein Mensch mehr, Junge! Was? Mary, zieh dich um! Wie zieh dich um? Ja, zieh dich um! Ich zieh dir was Schönes an! Woher kennt ihr euch das? Äh, ich hab gerade absolut keinen! Maddy! Der Junge braucht mal ein bisschen... Ich brauch gar nichts, Junge! Ich will... Ich brauch gar nichts! Nur so fünf Minuten mehr nicht! Aber, Maddy, du kommst gleich mehr, ja? Ja, komm gleich! Warum bin ich ein Kalk? Warum bin ich ein Kalk? Warum sagt ihr zu mir Kalk? Sarschloch! Das ist diese typische Jugendsprache heute! Wir haben alle nichts gelernt früher, weißt du? Wow, was ist das denn? Jetzt erklär mir mal! Das ist dein Laden und du bist hier nur für... Äh, drei Brot und drei! Der Laden... Der Laden gehört Olaf! Und du bist hier? Sicherheit, Chef! Du musst doch jetzt nicht das junge Mädchen da oben, das wahrscheinlich wieder erstmal irgendwie gerade 16 ist, jetzt für mich tanzen lassen, ne? Na, passt doch auf! Die ist nicht erst 16, die ist ein bisschen älter! Die gehen wir hier rein in VIP 2! Oh Scheiße! So, und jetzt äh, kommt die gleich für dich, die Süße! Damit du mal wieder auf andere Gedanken kommst, Junge! Ich will gar nicht, weißt du? Ich hab ein Problem! Was für ein Problem hast du? Sechs Wochen nicht gespritzelt! Ja, dann kannst du jetzt gleich ein bisschen spritzeln! Ja, was denn? Jetzt, wo du es schon sagst, läuft bei mir schon der Saft raus! Ja siehste, dann setz dich hier hin! Ich bin schon fertig! Was, wie, was? Ja, vor Aufregung! Das ist ja widerlich! Was, was soll ich jetzt machen? Ja, da vorne sind Tücher, da! Da liegen Tücher! Ja, wisch dir deinen kleinen Holländer ab, und ich komm mal wieder rein! Ja, okay! So, alles selber! Verdammte Kacke, Junge! Hast du dich in der Tür geirrt, du Idiot? Tickst du doch richtig! Augen spinnst du, Junge, ich bin's doch! Okay, umso länger du das machst, umso komischer wird es gerade für mich! Irgendwie find ich's schön! Wer ist der Krasseste, eh? Ja, du bist das mein Herr! Darf ich dich Daddy nennen? Pass auf nicht, dass einer reinkommt und uns erwischt, Junge! Ich wusste nicht, dass du auch so tickst! Soll das unser Geheimnis bleiben? Jaaa! Ah, ehrlich! So! Gut, schon vorbei! Junge, das war nicht normal! Ja, warte, Junge! Das darf ich aber keinem erzählen! Junge, das soll sich auf sexueller Ebene aussehen und sehen, wer hier der Mann im Haus ist! Wo stehst du? Nein, du hast mich angebaggert, Junge! Wann angebaggert, Junge? Ich hab vor dir geflext, Junge! Oder hab ich dir in mein Arsch ins Gesicht gehalten? Du hast mich ganz klar hier angefleertet! Ja, du wolltest, äh, du wolltest, dass ich dich anflirte! Aber Junge, ich war hier... Hast du da Neigung? Das macht nichts! Was gefällt dir? Ich hab gar keine Neigung, nee! Was magst du denn bei mir am meisten, Junge? Ich musste gerade improvisieren, weil die Tänzerin nicht konnte! Das war gerade mal eine Improvisation, verstehste? Eigentlich sollte die Maddy hier mal so richtig schön, dir schön mal die Hollandgrätschen da oben, mal so richtig schön polieren! Aber leider konnte ich dich gerade nicht! Das hast ja jetzt schön du gemacht, Junge! Ich bin kein ganz anderer! Frisch bin ich! So, was machst du jetzt? Jetzt gehst du ins Nest? Neeeeee... Ja, ich wollte erst gleich schlafen, ja! Aber erst die Knaben heiß machen, ja? Du tickst doch nicht richtig! Und jetzt? Nicht B sagen! Ja, was denn B sagen, Junge? Jetzt hab ich Bock! Worauf? Ja, was war auf? Ja, worauf hast du Bock? Nicht? Halt die Fresse! Jetzt hör auf mit der Scheiße! Wer kommt denn da rein mit dem Handy? Mit der Hand? Tickt der noch richtig? Hast du das gesehen? Machst du Fotos hier? Machst du heimlich Fotos von zwei Männern? Ah, wir haben sie, wir haben sie weggekommen, wir haben sie, wir haben sie... Ach, durch... Durch ne Tür in Foto! Ahja! Er wollte das! Ich wollte das nicht! Er war... Er wollte das! Er wollte das! Was ist hier passiert, Theo? Sag mir mal! Ja, der hat mich angemacht! Ich konnte mich nicht gar nicht... Er hat mich im K.O. tropfen! Er hat mich angemacht! Lauer dich so ne Scheiße, Junge! Ja, wir haben hier nur, äh, so eine, sag ich mal, so eine erotische Atmosphäre haben wir gespielt! Ja, er hat sich so angehört, als hättest du... Ich saß da drinnen! In FIP 2! Er hat gesagt, ich soll warten, dann kam er halbnackt rein und hat für mich getanzt! Ich schwör's euch! Ach du Scheiße! Die Mehdi sollte hier reinkommen! Wisst ihr, was wir so durch die Tür gehört haben? Ja, sieh! Ja, was denn? Das wollt ihr gar nicht glauben! Nein, nein! Das hat die ganze Zeit so geklatscht, so! Komm, Leute, Jungs! Pass mal auf! Pass auf, Jungs! Nein, Jungs, das ist für, für ihm, für mich ist das kein Problem, aber für ihn müssen wir das unter uns behalten, dass er auf mich steht! Das ist halt die Schnauze, Junge! Was willst du? Ich sag nichts dagegen, wenn du so zufrieden bist, dann sind wir das auch! Lasst ihm doch, das ist ein Ding, das ist für jeden Menschen, Mensch! Ja, ich sag dir, wir akzeptieren alles, wir sind tolerant gegenüber alles und jedem! Ja, ja, auch ich auch, ich auch! Du brauchst dir keine Sorgen! Deswegen, ich bin sogar wunderbar! Komm mal her, lass dich! Und ich sag dir eins, Kalle! Ich bin einer von denen, die nichts erzählt! Versprochen! Ich erzähl auch nichts! Ja, versprochen, Kalle! Und ich hab keine Gebärmutter! Du musst keine Angst haben! Hey, Kalle, ich wollte nur mal sagen, Junge, du knallst mich echt hart! Das mag ich! Warte, halt die Schnauze! Hast du das gehört gerade? Ich hab das auch gehört, ich hab das aufgenommen! Okay, 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 okay! Das bleibt unter uns! Das bleibt unter uns für... Oh nein, nein nein, okay! Vergessen! Was ist jetzt los?! Hast du's vergessen? Vergeben und vergessen! Hast du's vergessen? Vergessen, vergessen! Wahrheit, ich weiß gar nichts! Ich weiß gar nichts, ja?! Ich hab's nicht vergessen, mir läuft! Er saft immer noch aus dem Darm. Nimm die Waffe runter, nimm du den Waffen runter! Nimm du die Waffen runter! Nimm die Waffe runter! Nimm die Waffe runter runter! Nein, nimm die Waffe runter, die Waffe runter! verdammte scheiße ja ich wollte uns jetzt alle verbrennen weil das alles ausgeartet ist wusste nicht wie das weit dann willst du die leute gleich verbrennen was sich gleich mal streiten verbrennst die leute das ist noch mal dass man nachdenken ja sie merken verbrennen die leute gleich was ist da unten passiert wir haben alles gehört mit kohl und wieder sauber abliegt doch der lektig bist du wund bist hier wird sofort auf eine scheiße zu erzielen ich guck weg ich gehe mal runter und ich möchte dass pablito von dieser gesicht ist nicht mehr reich ruhe ruhe er hat hier bei uns in den club hier sachen rumgeschmissen verteilt oder benzin hier und weiß auch noch zu viel also die man ja sicher geht zur seite geht zur seite dich so nicht richtig spielst du du hast wie sie es abgekriegt wieso spielst du nicht mit du idiot wie du spielst du nicht mit du idiot was soll das denn jetzt hier enkel security security chef hier kommen die leute rein schlagen mich gezwungen alles weg in zwei runden alles weg hier gereift ey lasst du sie mich nur in frieden 2 mal 17 ah tjo bist du von der etnis street ja ihr habt dieselben hosen ich soll Busen geben nimm dir doch ihr habt dieselben hosen du sollst Busen geben oh man was denkst du was was war eigentlich dein plan dahinten an der polizei komm cowboy ich erklär dir das kurz komm schnell ich dachte wir wären Freunde und keine Peinen ist so der keks wird dich jetzt windelweich schlagen für die schande dort man, das war reich jetzt lass das jo der haut mit Stock der haut mit Stock die Schweinkeks helf mir doch der haut mit Stock die Drecksau ey reichs ruhe hier ruhe ich wollte daran daran erinnern dass du dich an die situation nicht erinnern kann denn du bist jetzt gerade hier im kalten haus heißt du kannst dich an die sachen die davor innerhalb von halbe stunde nicht erinnern wir kommen ja die waren ja trotzdem in dem zeitraum ich bin schon lange vom krankenhaus echte freunde habe ich abgeholt ich bin hier im tinky winky was soll ich tun was soll ich machen er hat wieder zu viel kräg geraucht sie wurde gekippt nicht soll es keinem sagen müssen gleich gucken wenn die kommen hier mit dem was nicht stimmt sie wurde gegen wow was ist das hier unten unser kleines kasino spiel auf die scheiße jungen wenn der gegner eine 7 oder höher zieht man bis mit einem 17 haben wir uns verstanden jungs jetzt reg ich mich auf hier was ist das denn für ein spiel warum hat die immer noch drei karten nein nein das ist das sind die karten davor verdammt die karten schieben wir sind gefliegt super ich mag jetzt machen wir langsam gewinnt muss ich nochmal ziehen jetzt oder was muss ich nochmal ziehen jungen nicht von ihr den sessel du verzockst dein ganzes geld wieso hast du keine schuhe an er gibt die ganze 1 million wegen theo ah schick ich hab gewonnen lan danke die kenne diese frau und diesen tisch jungen hallo frau was ist los hellöchen nichts ich bewundere dein warum kommst du hierhin du weißt genau dass du unglücklich bist dein haarschnitt ich bewundere nur dein haarschnitt am bauch hast du es kennst du doch schon bist du zum superheld geworden das ist mein glitz ja guck mal überleg mal wie lange ich dich das letzte mal äh wenn ich dich das letzte mal gesehen habe das ist schon ein monat her dann lass mich gehen wie ein vogel möchtest du denn gehen wenn du mich nicht mehr willst weil du jetzt meinst irgendwie 17 jährige keksteigs mit dir rumzuschleppen dann geh ich scheiß ich doch drauf nur weil ich nicht ab und zu nicht mehr eine hochkriege dass das nicht immer mehr gut funktioniert da scheiß ich drauf da hab ich doch Verständnis für äh Theo jetzt los Playboy sagte der Typ der äh ja der dich umgelegt hat der liegt jetzt oben im Spielzimmer Victoria und wie kommt das dass du mir hilfst naja Kalle ist ein äh sehr juter freund von mir und äh der hat dir sagt dass der das war ich kenn ich doch noch na klärchen hat er soll ich meine Brille abnehmen mein besterchen nee das brauchst du nicht weil ich weiß du bist die Nummer 1 Playboy 51 vom Reinigendorf und da soo so sieht's nämlich aus mein besterchen Kalle das ist jemand der hat viel zu sagen wir sind Arbeitskollegen wir sind Geschäftspartner von was für ein Business denn? ja von dem Club hier Junge mir gehört der Club mein besterchen ich bin hier mit Chefchen ich dachte Olaf Tone gehört es ne ja du meinst Olaf Schäfchen Olaf Schaaf gehört der Club genau und wir arbeiten für Olaf da genau also seid ihr die Laufburschen also soviel zu der Freundlichkeit ihr seid zwar steh gekommen der auf die Kasse bekommen hat verdammte Kacke der Cowboy da liegt da da liegt der Cowboy verdammte Kacke der Cowboy ha 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 da bin ich sehr dankbar dir immer hier haben wir ja kein Problem mit besterchen hier in unserem Laden passiert sowas nicht besonders nicht da oben wo du auch Gäste das sehen könnten der Mann hat einen Rundschwein und ich kann dir einen sagen wenn du es mal richtig hart besorgt haben willst ist der Mann im roten Anzug der richtige Anspielbar aber halt die Schnauze jetzt wo bin ich denn jetzt hier genommen das ist doch der kommt mir immer im Traum vor oh nein das kann doch nicht sein warum sehe ich immer den grüne Fickfrosch also ich habe für einen Tag im TT Twister gearbeitet soll ich dir zeigen was ich kann tickst du noch richtig soll ich dir zeigen was ich kann warum hast du hier gearbeitet naja wegen Callum es waren äh Familien gefallen ok ja dann kann ich dir nein aber du musst erst raus gehen und mich überraschen und Rollerplay ok warte kurz kannst du reinkommen und sagen hallo mein Stiefsohn alles klar wunderbar ich bin dein Stepsohn und du bist mein Stepmom genau so siehts aus gut ich setz mich hin gut setz dich hin mein Kino hellöchen mein Stiefsohn hallo mama hast hast du Lust Sekunde hallo Mutti ey nicht dass uns jemand hört bei unserem PNL Spiel mein Stiefmutter kommt jetzt rein und ich mach die Hausaufgaben brav ich mach die Hausaufgaben brav schief Mutti hast du die denn wirklich brav gemacht oder belügst du mich gerade komm doch gucken ich hab mir mein Hausaufgabenheft in die Hose gesteckt huiuiuiui lass mal zeigen guck bei mir da ist es doch oh ja da ist es da ist es mein Stiefsohn my Aunt Stepmom hallo oh ja mein Schatz soll ich dir jetzt mal was richtig cooles zeigen ja ok warte oooh Schatz du kenn ich dich ja gar nicht ey es ist so warm hier drin willst du dich nicht ausziehen Ssbko ja ja hast du zugenommen Schatz an die Seiten komm hör auf Ich schaue mich an und sage, er ist angesagt. Hass mich wegen meiner arroganten Art. Doch, vergleich mich nicht mit den ganzen Standarden. Mach mal ganz langsam, ich bin ganz anders. Du denkst, wie kann sowas sein? Au! Au! Ihr könnt mich nicht von Wunschutz bringen, wenn ihr wirst. Okay. Wunderbar. Also, mein Schatz, und jetzt bist du dran. Das ist ein Strip für mich. Okay, let's go. Dick so wohl nicht richtig. Gebogen hat. Okay. Was ist so winzig, Schatz? Was verstehst du, was erlögt ist? Falsch! Okay, ich gern so nicht. So? So besser? Nein. Nein, nein. Also, du machst, äh, also du hast ja so Muskeln, ne? Bin's gut, so. Aber wieso gefällt dir das nicht? Labdance, labdance. Ja, und was ist damit? Guck doch mal. Das ist doch, guck dir das doch mal an. Ey, ja, hoppa. Ey, ja, ey, ja. Soll mich das antüren oder soll mich das abtüren? Hier bewege ich mich nicht weiblich genug. Okay, also wenn du dich so bewegst, dann musst du wenigstens Dirty Turk dazu halten. So, und ich mach. Ey, labdance. Gut, okay. So, okay. Also, ja. Ich komm her. Gun me nonstop, gun me nonstop. In Internet, ein Gott. Wer regiert hier das Land? Wer regiert hier das Land? Buuuh, guck mal hier. So schöne Aussicht. Guck mal mein Körper an. Guck mal. Guck mal, was ich jetzt mach. Achtung. Guck mal hier. Das kann dein sein. Guck mal jetzt. Ich reibe mir unten. Das ist doch schon meins. Ich reibe mir unten, dann schnuppere ich an mich. Hopp, stinkt ein bisschen. Guck mal jetzt an. Komme ich zu dir mit meinem Beinchen hoch. Guck mal jetzt. Haare ein bisschen schön. Und jetzt, Achtung. Guck mal. Da habe ich lange geübt. Oh, hey, 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 hey. Schön. Alge, 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 Scheißglosse, Drecksglosse. Alge, 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 Alge. Oh, baby, es ist Theo. Guck mal jetzt. Das ist Ariel, die Meerjungfrau für dich, huh? Ja, ja. Fehlt noch aus, die fassende Verkleidung. Nicht schön. Sehr sexy, ja. Achtung. Alge. Komm, komm mal jetzt, Jan. Für dich, Schatz. Bam, 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 bam. So könntest du's haben. Ui, das Beinchen hoch. Ein bisschen lüften. Zack. Lüften bringt dich zu meiner Schuhose noch an. So, einmal noch für dich. Guck mal jetzt, die Bremsspur. Bam, bam. Ja, die turnen nicht richtig. Nicht auf die Bremsspur achten. Alles klar. Guck mal hier. Guck mal. Und nochmal für dich, den Schwinger. Ja, ja. In den Chat. Eins, eins. In den Chat. Alge. Und? Kein Applaus oder irgendwas? Achtung. Einen gebe ich dir noch. Hier. Alge. Brrru. Ah, schön, ne? Gefällt dir das? Ja, das gefällt mir sehr. Komm, tanze mit mir. Steh auf, komm. Komm ran, trau dich ruhig. Labdance 2, komm. Bin ich zu laut, bist du zu schwach? Bin ich zu laut, bist du zu schwach? Bin ich zu laut, bist du zu schwach? Wir bleiben drin. Wir bleiben drin, Junge. Bam. Ich bleib drin. Ich bleib noch ein bisschen drin. Schau. Schluss jetzt. Wie kann ich das aufhören? Ich komme nicht raus. Ich glaube, du steckst fest. Hast du ihn gespült? Der war leider zu klein. Das war super Hast du es genossen? Ja Nach vier Wochen bist du richtig Nach vier Wochen meiner Abstinenz bist du nur noch asozial geworden Ich geb dir gleich asozial Du wolltest doch gucken, was du hier machst Sexualrepay Schatz, Schatz, also, was? Sexualrepay Das war, nein, nein, das geht ja anders Das haben uns ja Peggy und Norbert letztens im Pool gezeigt So, oh, ja, Norbert, oh, ja Ja, aber kann doch sein, dass du ne leise bist Gibt's doch auch Ich kann dir mal erzählen, einmal Da gab es eine Melanie, hieß die Die hat gemacht wie eine Kuh Dann hab ich schnell das Kissen genommen Und noch ein bisschen gedäppt Komm, ist egal, wir gehen Das war damals noch in die Realschule Komm Wieso ist das, Arzt? Das ist E-O-C-Story Komm Hallöchen Hallöchen, wer bist du denn, Arzt Glöckling? Hey, Baby, wer bist du denn? Ich bin's, Theo Theo Und du? Ich bin Wölfchen Wolfgang von der Theke Wer hat dich reingelassen? Okay, ich muss da mal kurz was reinwerfen Okay Nein, RTL Hey! Hör mal zu, Theo Wie du auch heißt Der Kalle sagte mir Du suchst einen neuen Stecher Ist das richtig? Du denkst doch nicht sauber Kalle hat mich vergewaltigt Kalle hat dich also vergewaltigt, ja? Gegen meinen Willen Ich will das nicht Ich bin weder schwul Noch bin ich irgendwie Will ich irgendwie Pass mal auf, süß Pass mal auf, du rell Hallo, du bist jetzt ruhig Wenn ich mit dir rede Also Kalle sagte mir Ich soll dich mal ein bisschen Um dich kümmern Hm? Mein Kleiner Scheiße Das übernehme ich tatsächlich schon Jetzt merke ich das erst Jetzt kommt's mir erst Du bist jetzt mal ganz ruhig, Süße Jetzt lebt er seinen Fetisch aus In einem Zweitschaf Also, das ist klar Also Jetzt verstehe ich das erst Hör mal zu, Kleiner Das macht doch nichts Wer warst du früher, Mann? Wie früher? Ich war früher Wolfgang Ich bin immer noch der Wolfgang Hast du Geschwister? Nein Sicher, dass Kalle nicht dein Bruder ist? Nein Wieso, hast du ein Problem damit? Nein, super, komm, dann lass uns gehen hier Ja, wir gehen jetzt, Baby Ja, Süßer Was gehört man? Was, Kalle? Das ist Kalle, Junge, der verhast dich Das ist er, unter dem Kostüm Kalle, unter dem Kostüm Er ist im Kostüm, Junge Ihr Bein habt auch ein bisschen was geraucht Kann das sein? Das ist Kalle mit seinem Fetisch, Junge Kalle verkleidet sich abends immer so So, also, hä? Hallöchen Hallöchen So, hallo Wie bist du denn, Süße? Was ist hier denn los? Viktoria von hinten Ah, von hinten Viktoria von, was? Von hinten gefällt mir Von, Entschuldigung Schaut, mir gefällt das gar nicht Mit dem hinten und vorne Von hinten Überhaupt nicht Sind sie auch Tänzer denn hier? Ich hab damit gar nichts zu tun Oh, hi Viktoria Ich hab einen richtigen Job Immobilien und Casino Manager Also, Abzockschwein Dann machen wir hier jetzt einen schönen Abend Ich merk das schon Super Entertainment Macht mega Spaß, gerade hier zu stehen Bitte was? Ja, dann los Okay, dann geht's jetzt los Wir wollen richtig einen drauf machen Wir wollen so richtig Richtig was erleben Richtigen Arschvoll Spaß Und ich meine nicht den Arschvoll Spaß Den du im Darkroom kriegst Sondern den Arschvoll Spaß Den du in Dortmund kriegst Mit Familie Alge Hi Ich hab ne Idee Ich hab die perfekt Meine Dame Das war Ja, Schatz Ein Arschvoll Spaß Ich halte die Klappe Okay, halt bitte die Klappe Gerda meintrecken, bitte Wir gehen Fallschirm springen Zieh dich um Augen, zieh dich um Mit deinem scheiß Fetisch Das ist kein Maskenball Allge Alge 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 Bis zum nächsten Mal.